Wir haben uns in einem anderen Video die linke Seite von deutschen Aussagesätzen angeschaut und wie man die syntaktisch durch einen einfachen Test sicher analysieren kann, nämlich den Fragetest. Und in diesem Video geht es jetzt um die rechte Seite. Hier haben wir zwei Sätze, es geht eigentlich erstmal nur um den ersten. Wir haben die Lösung gewusst. Da wenden wir jetzt einfach mal den Ja-Nein-Fragetest an, um die linke Seite zu analysieren. Wie wäre die Ja-Nein-Frage zu Wir haben die Lösung gewusst? Haben wir die Lösung gewusst? Haben rutscht in der Frage nach vorne, das heißt, das ist das zentrale Verb. Und dann wissen wir, das ist die linke Satzklammer, das ist das Vorfeld. Und wir wissen auch, das ist hier das bewegte, finite Verb in der phrasenstrukturellen Analyse. Deswegen gebe ich dem hier den Index, damit wir wissen, dass das bewegt ist. Und wir wissen, dass das hier ist jetzt eine NP in dem Fall, die ist auch bewegt. Deswegen kriege ich hier auch einen Index. Jetzt müssen wir uns aber Gedanken machen, und dafür haben wir diesen zweiten Satz hier, ob es hier Nebensätze gibt. Das spielt gerade für die rechte Seite oft eine große Rolle. Und wie machen wir das für den Fall, dass Sie sich nicht sicher sind? Die meisten von Ihnen werden natürlich sagen, ja, ich sehe doch, dass hier ein Nebensatz ist. Aber wenn Sie sich nicht sicher sind, schauen Sie einfach nach den Verben. Die meisten nebensatzartigen Strukturen finden Sie dadurch, dass Sie ein finites Verb finden. Schauen Sie sich also an, welche finiten Verben wir jetzt hier in diesem zweiten Satz haben. Da haben wir hier ein finites Verb. Haben. Wir haben gewusst. Gewusst ist infinit, das ist ein Partizip. Das ist kein Verb. Es ist kein Verb. Und regnet ist nun wieder ein finites Verb. Das heißt, dadurch, dass Sie hier ein zweites finites Verb gefunden haben, wissen Sie, es muss irgendwie einen Nebensatz geben. Sie können natürlich auch sagen, das sehe ich doch am Komma, und das sehe ich in dem Komplementierer das. Natürlich, können Sie auch machen. Aber sobald Sie andere finite Verben finden, wissen Sie, es muss auf jeden Fall noch eine eingebettete Satzstruktur geben. Und dann müssen Sie ein bisschen anders da rangehen. Uns geht es jetzt erstmal um die Strukturen wie hier oben, wo wir das nicht haben. Wir haben hier nur das finite Verb und ein infinites Verb, kein weiteres finites Verb. Hier gibt es keinen Nebensatz in dem ersten Beispiel. Deswegen mache ich den jetzt weg und wir gucken uns nur den oberen an. Wir wissen also jetzt, dass dieser Satz nicht komplex ist. Da gibt es keine Nebensätze. Was machen wir jetzt? Wir müssen uns überlegen, wie hier die rechte Seite der Analyse jetzt weitergehen soll. Wir wissen über die linke Seite schon eigentlich alles und jetzt müssen wir uns die rechte Seite angucken. Und dazu gibt es wieder einen relativ einfachen Test und der hängt wie der Fragetest damit zusammen, wie deutsche Satzsyntax funktioniert. Sie machen nämlich einfach hier einen Nebensatz draus. Das heißt, Sie machen sowas wie, es ist wahr, dass... und dann diesen Satz einfach als das Satz umformuliert. Wie sähe das aus? Es ist wahr, dass wir die Lösung gewusst haben. Genauso wie in der Ja-Nein-Fragetest, was über die linke Seite sagt, sagt Ihnen der Nebensatztest etwas über die rechte Seite. Sie haben nämlich jetzt hier eine Kette von Verben. Ein bis vier Verben stehen da. Und die rechte Seite der unabhängigen Struktur wird dadurch abgeschlossen, was von dem hier übrig bleibt. Wenn Sie von hier jetzt wieder nach hier zurückgehen und sich überlegen, okay, was bleibt von dieser Kette von Verben hier oben übrig, dann ist es nur gewusst. Und da können Sie jetzt gleich ganz viele Sachen draus schließen. Nämlich, dass das hier zum Beispiel im Felder-Modell die rechte Satzklammer ist. Alles, was von dieser Kette übrig bleibt, ist die rechte Satzklammer. Und wir sehen nachher Fälle, wo das ein relativ interessantes Ergebnis gibt. In der phrasenstrukturellen Analyse wissen Sie, dass das hier der Verbkomplex ist. Ich schreibe jetzt hier mal VK. Das ist keine offizielle Abkürzung, aber das ist der Verbkomplex. Und in dem Moment, wo Sie jetzt das haben, sind Sie eigentlich mit der Analyse für einfache Sätze, also die keine Nebensätze beinhalten, schon fertig. Weil Sie wissen, dass das hier, was dann dazwischen steht, das Mittelfeld ist. Und in der phrasenstrukturellen Analyse haben Sie jetzt halt hier die VP. Jetzt wissen Sie, das hier ist die VP. Ich fasse nochmal zusammen. Die linke Seite hatten wir schon erledigt. Die wird durch den Fragetest ermittelt. Die rechte Seite können wir dadurch analysieren, dass wir wissen, hier steht der Rest von dem, was im Nebensatz die Kette von Verben ist. Entweder halt der Verbalkomplex in der Phrasenstrukturanalyse oder die rechte Satzklammer im Felder-Modell. Wir schauen uns jetzt nochmal einen Fall an, wo hier ein etwas anderes Ergebnis rauskommt, wo aber der Test genauso funktioniert. Wir schauen uns jetzt diesen einfacheren Satz an. Wir wissen die Lösung. Der Nebensatz dazu steht hier schon, dass wir die Lösung wissen. Ganz kurz nochmal den Fragetest. Wie sähe die Ja-Nein-Frage hierzu aus? Wissen wir die Lösung. Das heißt, hier ist wieder das zentrale Verb, die linke Satzklammer. Davor steht das Vorfeld. Das ist das bewegte Verb. Und hier haben wir wieder eine bewegte NP. Hier rechts in dieser Nebensatzstruktur haben wir jetzt wieder eine Kette von Verben. Das ist jetzt nur ein Verb, also nur ein Glied in der Kette. Und hier oben stellen wir uns wieder die Frage, was ist denn von der Kette hier oben am Ende noch übrig? Und da sehen wir, da ist nichts. Und daraus können Sie jetzt automatisch schließen. Wenn die rechte Satzklammer das ist, was von hier, dieser Kette von Verben hier oben übrig bleibt, dann ist die rechte Satzklammer hier oben leer. Das ist ein Standardfehler, dass mit Gewalt versucht wird, die rechte Satzklammer zu füllen. Da ist aber oft nichts. In einfachen Sätzen mit nur einem finiten Verb steht da nichts. Und Sie wissen in der phrasenstrukturellen Analyse, dass hier ein Verbalkomplex steht, der leer ist. Da ist alles rausbewegt worden. Weil es bleibt nichts übrig. Das, was hier oben übrig bleibt von dieser Kette von Verben, also nichts in dem Fall, ist der Verbkomplex und die rechte Satzklammer. Im Felder-Modell haben Sie es jetzt relativ einfach. Sie haben jetzt hier dazwischen das Mittelfeld. Das ist genau als das definiert, was zwischen der linken und der rechten Satzklammer steht. In der phrasenstrukturellen Analyse, VK für Verbkomplex, ist jetzt keine offizielle Abkürzung. Ist jetzt mehr informell. Aber da wissen Sie, dass das Gesamte inklusive des leeren Verbalkomplexes die VP ist. Wir schauen uns jetzt diesen Satz hier an. Ich esse den Tofu auf und machen wieder als allererstes den Ja-Nein-Fragetest. Esse ich den Tofu auf? Und dadurch, dass esse in der Frage nach vorne rutscht, wissen wir, es ist das zentrale Verb. Es ist die linke Satzklammer. Hier ist das Vorfeld. Alles, was davor steht, ist das Vorfeld. Wir wissen, das hier ist das bewegte Verb. Und wir haben jetzt hier wieder eine NP, die ist auch bewegt. Deswegen kriegt die den Index. Kommen wir jetzt zur rechten Seite dieser Struktur. Und dazu machen wir den Nebensatztest. Wie sähe der Nebensatz aus? Es ist wahr, dass ich den Tofu aufesse. Und jetzt kriegen wir den dritten Fall. Das ist der, wo man sieht, wie wichtig, wenn man sich nicht sicher ist, dieser Test mit der Nebensatzumformung ist. Denn wir schauen uns jetzt wieder an, was steht denn hier hinten für eine Kette von Verben. Da steht hier Aufesse. Und jetzt überlegen wir uns, was bleibt hier oben von dieser Kette von Verben übrig? Auf. Das ist kein Verb. Das ist nur eine Verbpartikel. Hier in der Nebensatzstruktur sehen wir ja sogar, es wird zusammengeschrieben. Dieses Partikelverb wird zusammengeschrieben, wenn es in dieser Kontaktstellung tatsächlich auftritt. Hier oben bleibt von den Verben dieses Nebensatzes nur noch die Verbpartikel übrig. Und für den Fall wissen Sie jetzt, ja, das ist nach unserer Definition, ist das die rechte Satzklammer. Das ist der Rest vom Verbalkomplex. Und dann wissen wir, das hier ist das Mittelfeld. Und die VP ist das Ganze einschließlich dieses Restes eines Verbalkomplexes, wo nur noch eine Partikel drinsteht. Damit haben wir jetzt die wesentlichen drei Fälle besprochen für unabhängige Satzstrukturen, in denen keine Nebensätze enthalten sind, wie die rechte Seite aussehen kann. Sie haben entweder Verben, tatsächliche infinite Verben in der rechten Satzklammer, oder wie hier nur noch eine Partikel, oder Sie haben halt eine leere rechte Satzklammer. Und Sie können rechte Satzklammer in der Phrasenstruktur immer mit Verbkomplex übersetzen. Und daraus ergibt sich dann automatisch das Mittelfeld und dann wissen Sie auch, wie Ihre gesamte VP aussieht. Über die reden wir dann nochmal gesondert, nur im phrasenstrukturellen Ansatz. Ich hoffe, das Video hat Ihnen was gebracht. Hinterlassen Sie in den Kommentaren, falls noch Fragen offen sind. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.